Jetzt wird's laut, Daniel hat Geburtstag, wir haben ihm was geschenkt. Nein, Daniel, alles gut? Schlagzeug! Schlagzeug, oder nicht, das Schlagzeug haben wir in einer Stunde. Roland, Top Trump School in Nürnberg. Jetzt trennt sich die Spreu von Weizen. Wir haben die Gitarre umgeschnallt. Begeben wir uns auf das Chorfeld der Improvisation. Bist du bereit? Das könnte natürlich der Beginn einer großen musikalischen Karriere werden. Bist du bereit, die Welt zu rocken? Ja. Wenn ich mal ins Stottern komme, ich versuche weiterzumachen, aber es ist schwer. Also spiel du einfach weiter, ich versuche auch irgendwie weiterzumachen. Ich sehe schon die Basics. Roland, hör da drauf. Die rechte Hand macht immer weiter, hat er gesagt. Die rechte Hand macht immer weiter. Ja, dann probieren wir's mal. Fangen einfach an, ich steigere irgendwie ein. Okay? Ahem. Eins. Stot. 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 Glocken Pasha Stot. 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 Glocken Pasha Stot. Ich bin jetzt verletzt. Ich bin jetzt verletzt. Ich bin jetzt verletzt.